Wir haben von Anbeginn her eine Einladung zum Fest. So sprachen wir zum Wächter am Tor, unter Sicherheit verbergend, dass wir voll Angst waren. Er nickte nur und ließ uns ein, er schien alles zu wissen. Umgeben wir, umgeben wir, wie lange schon in diesen immer dunklen Gängen hin und suchen den Ort, wo das Fest gegeben wird. Erst waren wir geduldig, denn das Schloss ist groß und ganz gewiss wird das Fest nicht gleich im ersten Saale sein. So sprachen wir zueinander und um gleich viele Türen offen standen, gingen wir nicht hinein. Später wurden wir unruhig, ja manchmal wollten wir schon umkehren, ob vielleicht doch in eins der vorderen Zimmer einzutreten, ob schon wir gesehen hatten, dass dort kein Fest sei. Aber wir konnten uns geirrt haben, wir gingen also weiter, aber unser Herz wurde immer ängstlicher und unser Schritt erzögernd bald sehr schnell, denn wir fanden das Fest nicht, nachdem unsere Sehnsucht groß ist. Aber jetzt wollen wir bestimmt umkehren, da gibt es keinen Weg mehr, wir haben uns verirrt und finden nur versperrte Türen hinter uns. Nun laufen wir gehetzt, wir müssen, wir müssen das Fest erreichen, denn wie groß das Schloss auch sei, so muss ein Ende sein, und dort werden wir das Fest finden. Doch wie schlimm vergeht die Zeit, es ist schon spät. Und was würden wir beginnen, wenn das Fest zu Ende ist, bevor wir ankommen? Manchmal treffen wir Menschen, die wir fragen könnten in dem finstern Gang, doch die einen, deren Augen wir ansehen, dass sie den Weg wissen, die sind stumm und lang und können ihn nicht zeigen. Und die anderen, die sprechen können, die sind blind und haben den Weg nie gesehen. Manchmal sind wir schon ganz nah, wir hören schon, wir hören schon, oh sehr, ganz all der Gäste, drinnen müssen sie im Saal sein, unbekümmert, hochmütig, feiern sie ihr Fest und frage nicht nach uns, die wir den Weg nicht wissen, denn er muss eine Tür sein. Und fern verklingt der Schall als führe jener Saal davon wie ein Schiff auf dem Nebelfluss des Abends. Ohne Hoffnung schleppen wir uns weiter in dem dunklen Gang. Bald wird der Morgen grau, so ist der Herr, der uns eingeladen hat, Wo, wo wartet er auf uns? Vielleicht ist das Fest längst zu Ende und was wir hören, nur der Nachklang, der den alten Hohlraum irgendwo verloren flottert. Ach, warum können wir so wenig nur von dem erfahren, was uns umgibt? Und warum gehen wirмов, dass uns um sich mysteri whome zu Ende und vom philosophia zu Ende und im entsp qualité und Vielen Dank.